Dr. Clayton, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit den essentiellen Fettsäuren und dem Prozess im Körper. Ja, das ist einer der Bereiche, mit dem ich mich schon seit langem beschäftige und es handelt sich tatsächlich um einen der Schlüsselbereiche. Warum sollten sich die Menschen mehr mit den essentiellen Fettsäuren und insbesondere mit dem Verhältnis Omega 3 zu 6 auseinandersetzen? Der Grund dafür, dass die essentiellen Fettsäuren und insbesondere das Verhältnis von Omega 6 zu Omega 3 so grundlegend wichtig geworden ist, liegt an einer ganzen Reihe von Gründen. Die Frage hat ja zwei Teile und der erste Teil bezieht sich darauf, dass der Grund für die meisten sogenannten degenerativen Krankheiten und Zivilisationskrankheiten, die wir kennen, in der chronischen Entzündungssituation des Körpers liegt. Und der zweite Teil bezieht sich darauf, dass in dieser Gleichung es ja darum geht, im zweiten Teil, dass das Verhältnis zwischen Omega 6 und Omega 3 von grundlegender Bedeutung ist im Körper des Menschen. Ich sage natürlich nicht, dass es der einzige Faktor ist. Es gibt wohl auch einige andere. Aber das Verhältnis von Omega 6 und Omega 3 erscheint doch als essentieller Bestandteil der Beantwortung dieser Frage. Ja, vielen Dank. Die These, dass 90 Prozent aller Krankheiten gelindert oder gar nicht auftreten müssen, ist sensationell. Können Sie uns erläutern, worin sich diese Aussage begründet? In der Vergangenheit haben wir, man könnte sagen wie Aristoteles, Daten gesammelt, Fakten gesammelt, haben zusammengetragen, was wir zusammentragen konnten, um eine Basis zu haben. In jüngerer Zeit stellt es sich nun so dar, dass wir eher dem Ansatz von Sohochlex folgen, der das Ganze dann in Zusammenhang bringt. Und wenn wir nun diese Fakten und Daten nehmen und daraus ersehen, was wir zusammengetragen haben, dann stellen sich doch einige Kernprinzipien heraus. Sie haben ja gerade selbst diese Zahl von 90 Prozent genannt. Und es ist doch interessant, diese Zahl erst einmal zu hören. Wo kommt die denn eigentlich her? Diese Zahl schützt sich aus verschiedenen Quellen. Eine Quelle davon sind die sogenannten blauen Zonen. Und manche denken bei den blauen Zonen an kleine Inseln wie Campo di Melli in Italien beispielsweise. Aber ich kann doch sagen, dass die größte Insel, auf die wir uns beziehen, eigentlich eine Insel in der Zeit ist. Und diese Insel in der Zeit, die nennen wir das viktorianische Zeitalter. Und wir können sagen, dass die Bevölkerung damals sehr, sehr gut dokumentiert wurde und wir auf ein umfangreiches Datenmaterial zurückgreifen können. Daraus ergibt sich, dass die Lebenserwartung in den vergleichbaren sozialökonomischen Gruppen seinerzeit sogar höher war als die heutige. Und wenn wir uns die degenerativen Krankheiten seinerzeit anschauen, dann können wir erkennen, dass es sich nur um ungefähr 10 Prozent der Häufigkeit handelt, die wir heute sehen. Und wenn wir uns die Ernährungsgewohnheiten und den Lebensstil seinerzeit anschauen und es mit heute vergleichen, dann können wir deutlich erkennen, dass eine Atmosphäre des Anti-Entzündlichen geherrscht hat damals in Ernährung und Lebensstil. Was daraus folgt, ist, dass sich die degenerativen Krankheiten und die chronischen Krankheiten, die wir heute sehen, um das Fünf- bis Zehnfache erhöht haben. Und wir können jetzt zurück zu der Zahl von 90 Prozent und 10 Prozent der Bevölkerung, die seinerzeit auch an beispielsweise Herzkrankheiten und Krebs gelitten haben. Wenn wir uns diese Zahlen jetzt einmal genauer anschauen, ergibt sich Folgendes. Wenn wir nämlich heute Kardiologen oder auch Onkologen befragen, wie hoch die Risikogruppen ungefähr beziffert werden können, die genetisch darauf ausgerichtet sind, Herzkrankheiten oder Krebs zu bekommen, dann handelt es sich bei beiden Gruppen um etwa genau diese 10 Prozent. Und wir kehren wir nun zurück in das 19. Jahrhundert und die Mitteldessen, wo wir im viktorianischen Zeitalter genau diese Zahl nämlich auch finden können von 10 Prozent. Und daraus können wir nun die Schlussfolgerung ableiten, dass tatsächlich diese 10 Prozent auch damals diese Gruppe war, die unter der Voraussetzung der genetischen Krankheiten schon gelitten haben. Das heißt, die deswegen krank geworden sind, weil sie genetisch schon darauf ausgerichtet waren. Und der Rest der Bevölkerung war durch Ernährung und Lebensstil doch weitgehend geschützt vor den degenerativen Krankheiten, vor Herzkrankheiten und Krebs. Und wenn wir uns die Ernährungsgewohnheiten anschauen, dann sehen wir, dass daraus damals eine Omega-6-Omega-3-Ratio, also ein Verhältnis von etwa 1 oder 2 zu 1 folgte, während wir heute in Mitteleuropa bei einem Vielfachen davon bei etwa 12 oder 15 zu 1 sind. Da würde ich gerne einhaken. Ist es in der heutigen Zeit denn ein aufwendiger Prozess, wieder zu den besonders gesunden Ernährungsgewohnheiten wieder zurückzukehren, die man vor 100 Jahren hatte? Wir können natürlich den Lebensstil von damals nicht mehr imitieren, denn es gab damals weder Maschinen noch gab es das Internet. Und wir haben uns als Menschen viel mehr bewegt. Wir hatten viel mehr physische Aktivitäten und haben auch dadurch viel mehr Kalorien zu uns genommen, um dann überhaupt in diese Aktivitäten gehen zu können. Was wir allerdings tun können, ist, wir können die Kernprodukte, die Kernsubstanzen, die damals die Menschen zu sich genommen haben, auf eine andere Art und Weise zu uns nehmen und dadurch sie uns wieder zugänglich machen. Und diese Kernsubstanzen, diese Elemente, die können wir heute ganz klar wieder zu uns nehmen. Es handelt sich dabei nämlich zum einen um die Omega-3-Fettsäuren, die für sich alleine gestellt noch keine große Veränderung herbeiführen würden. Allerdings, wenn wir sie kombinieren mit den sogenannten Biopolysinolen, dann wird daraus eine unglaublich schlagkräftige Truppe, die uns vor den Entzündungen komplett bewahren kann. Das heißt für mich im Klartext, es kann jeder sofort umsetzen und das ist nicht nur etwas für die High Society, sondern für jedermann. Ja, das kann tatsächlich jeder Mensch sehr, sehr schnell für sich umsetzen. Und dabei geht es nur einfach darum, die richtigen Omega-3-Fettsäuren mit den richtigen Biopolysinolen zu kombinieren, um sie auf diese Art und Weise zu uns zu nehmen. Dadurch wird ein völlig anderes inneres Milieu geschaffen, wie es der große französische Wissenschaftler Bernhard schon gesagt hat, dass die Umgebung, das Milieu ist alles. Das ist das Richtige. Dr. Clayton weist darauf hin, dass das kein Prozess ist, der über Nacht funktioniert, das Milieu wieder zu verändern und den Körper wieder neu aufzubauen und das Verhältnis von Omega-6 und Omega-3 wieder herzustellen, sondern dass es sich um einen Prozess handelt, der ungefähr dreieinhalb Monate dauert. Wenn wir Dinge zurück zu normalen, dann dauert es auch ein bisschen Zeit, um Ihre volle Gesundheit zu regieren. Es dauert vielleicht drei, drei und ein halb Monate. Vielen Dank für den Hinweis. Und das bedeutet, auch wenn ich das richtig verfehle, jemand ist nie zu alt, um damit anzufangen. Ja, die Griechen, die alten Griechen haben gesagt, solange du atmest, besteht noch die Möglichkeit, etwas zu verändern und da kann noch geholfen werden. Und insofern, ja, es ist nie zu spät anzufangen. Und ich habe im Laufe der letzten Jahre Zehntausende, Jahrhunderttausende von Fällen gesehen, in denen sich durch das Abschalten der chronischen Entzündung im Körper unglaubliche Dinge tun konnten. Es konnten chronische Krankheiten stabilisiert werden. Es konnte eine ganz große Anzahl von klinischen Verbesserungen im Gesundheitsbereich der Menschen erreicht werden. Und das hat sich in den letzten Jahren immer und immer wieder bestätigt. Es ist so, wir haben in den letzten Jahren eine so große Anzahl von Verbesserungen gesehen, dass zum Beispiel pharmazeutische Medikamente verringert werden konnten, dass sie zum Teil auch komplett ausgesetzt werden konnten. Aber ich ermutige meine Kolleginnen und Kollegen, Ärztinnen und Ärzte, das selbst auszuprobieren und an ihren Patienten zu testen, ob das und wie es funktioniert. Denn sie werden sehen, dass tatsächlich Medikamente verringert werden können oder abgesetzt werden können. Sie werden überrascht sein, was möglich ist, wie der Körper sich selbst heilen kann, sobald keine chronische Entzündung mehr im Körper präsent ist. Es handelt sich hier um einen wirklichen Durchbruch. Das muss ich nochmal betonen. Denn wir haben natürlich Medikamente, die Entzündungen hemmen können im Körper. Allerdings haben diese auch entsprechende toxische Nebenwirkungen. Und wenn wir diese toxischen Nebenwirkungen ausschalten können, wenn wir aufgrund von natürlichen, organischen Elementen den Körper in einen Zustand bringen, in dem er wieder ohne Entzündung ist, dann ist das ein tatsächlicher, möglicher Durchbruch in der Medizin. Das klingt sehr, sehr spannend. Und Sie kommen ja im September nach Deutschland und Österreich zu einer Vortragstournee. Und ja, dort gibt es auch Vorträge beziehungsweise einen eigenen Plot für Mediziner, wie ich gehört habe. Ich halte sehr gerne Vorträge vor Leihen. Und das ist mir auch sehr wichtig, um dieses Wissen weiter in die Welt zu bringen. Gleichzeitig liegt es mir sehr am Herzen, mit meinen Kolleginnen und Kollegen, mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu arbeiten, meine Vorträge dort zu halten, um eine Debatte in Gang zu bringen. Denn ich möchte sagen, dass diese Forschung nicht abgeschlossen ist, dass es sich um eine offene Forschung handelt, bei der die Debatte extrem wichtig ist, um weiterzukommen und um weitere Aspekte zu erfahren und diese dann erforschen zu können. Das heißt, Sie laden jetzt herzlich ein zu Ihrer Vortragsreihe. Und ich darf davon ausgehen, nach dem Vortrag kann jeder seine Lebensqualität deutlich verbessern, wenn er das nutzt, was er dort gehört hat. Ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich auf eine gesunde Debatte und ich freue mich auf kritisches Denken. Okay, vielen Dank. Ich habe noch eine allerletzte Frage, Dr. Clayton. Wenn Sie ein persönliches Wort sagen können zu möglichen Interessenten, warum sollte man zu Ihrem Vortrag, zu Ihrer Vortragsreihe kommen? Das ist so, dass das momentane Gesundheitssystem sich als nicht effektiv erwiesen hat. Grundsätzlich ist es zusammengebrochen. Das kann man sagen, wenn wir behandeln Patienten mit Medikamenten, die dem Körper nicht wirklich zuträglich sind. Und in manchen Fällen, ganz offen gesagt, sind sie auch gefährlich für den Patienten. Wir gehen davon aus, dass wir ein neues Modell brauchen. Ein neues Modell, das sich darauf ausrichtet, den Menschen tatsächlich die Möglichkeit geben, wieder zu heilen. Die Möglichkeit, den Körper zu geben, sich selbst zu heilen. Die Möglichkeit, tatsächlich kurativ zu sein und ein Modell zu sein, das alles in allem einfach viel freundlicher und den Menschen und dem Leben zugewandter ist. Ja, vielen Dank dafür. Herzlichen Dank für das Gespräch. Wir sehen uns im September in Deutschland und auch in Österreich. Ich freue mich drauf, Sie persönlich kennenzulernen und vielleicht auch ein weiteres Interview mit Ihnen zu führen. It's a pleasure. Thank you. Es ist mir eine Freude. Vielen Dank.